Musik Ich möchte euch einladen zu unserem Interview mit der Rosbita Petri Gesundheit. Ihr habt vielleicht schon einige meiner Vorträge gehört. Ich bin der Haratiast und bin in Sachen Gesundheit sehr, 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 sehr tief eingedrungen. Viel tiefer, als ihr das von irgendwelchen Heilpraktikern, Ärzten oder sonst jemanden kennt. Ich habe dieses ganze Bild sehr, sehr vollständig erfasst. Ich erkläre euch das alles. Es ist eine ganz, ganz spannende Sache. Gesundheit ist sehr, sehr einfach und wir sollten daran denken, wir stehen vor einer gänzlich neuen Zeit, einer bewegenden Zeit, die wir alle gemeinsam erleben wollen. Und da sollte man gesund sein. Die Dunkelkräfte versuchen ja, Verschiedenes noch zu verhindern. Aber wir stehen jetzt bevor an der Spelle dieser gänzlich neuen Zeit. Und da ist es wichtig, einen gesunden Körper zu haben, dass wir auch diese hohen Schwingungen, die jetzt immer mehr auf die Erde kommen, verkraften. Dass wir diese Zeit miterleben können, bewusst uns dieser neuen Zeit auch abfreuen können. Und nicht irgendwo zwischendurch auf der Strecke bleiben. Fantastische Sache, die auf uns zukommt. Lasst euch überraschen. Es ist ein ganz, ganz rundes Konzept. Ganz, ganz einfach. Trotzdem nicht irgendwo ein großes Vermögen. Man muss nur die Zusammenhänge erkennen, die Zusammenhänge verstehen. Und das erkläre ich euch. Ja, und die Vorspieter, die wird es da euch ja auch noch ein bisschen mit aufklären. Und hält mich immer ein bisschen sprachlos. Aber ich denke, ihr werdet euer Vergnügen haben. Es ist ein tolles Interview geworden. Okay, bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.